Einmal lächeln bitte, ich nehme sie gerade mal auf, denn das macht man ja auch immer so. Oh ja, ich merke irgendwie, das Bild ist ein bisschen wackelig, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade mit Ihnen rede. Oder es liegt einfach daran, dass man mit einem Handy keine vernünftigen Videos aufnehmen sollte, weil Handys ja eher zum Telefonieren geeignet sind. Es gibt auch Camcorder für Videoaufnahmen. Und wenn dann bei Ihnen jetzt auch noch ein schöner Sommerurlaub bevorsteht oder auch ein runder Geburtstag, eine Hochzeit, eine Kommunion oder ähnliches, dann wird es jetzt auch höchste Eisenbahn, dass Sie einen Camcorder zu Hause haben. Und genau daran arbeiten wir jetzt. Wir zeigen Ihnen verschiedene Camcorder und wir versprechen Ihnen, Sie finden heute hier den richtigen. Denn, lieber Andreas, selbst fürs kleine Geldbeutelchen ist hier der richtige dabei, aber auch für die richtig anspruchsvollen Zuschauer, die sagen, unter 4K kommt mir nichts nach Hause. So ist das, ganz genau. Wir können das genauso stehen lassen, wie wir Ihnen das gesagt haben, liebe Zuschauer zu Hause. Wir steigern uns langsam. Wir haben drei Geräte heute für Sie dabei. Und Sie sehen es gerade jetzt in dem Moment eingeblendet. Wir haben hier wirklich unseren, ja, ich würde mal sagen Preis-Leistungs-Sieger. Denn wir haben hier einen vollwertigen Camcorder. Und jetzt schauen wir uns den mal gemeinsam an. Das Ganze hier kann Full HD. Full HD. Also eine wirklich richtig, richtig große Auflösung. Wir haben hier dabei ein Touch-Display. Das sehen wir gleich. Und als Highlight, und das ist wirklich hier eine tolle, tolle Sache, eine HDMI-Schnittstelle, wo wir einfach ein HDMI-Kabel, das ist auch hier im NIFO-Umfang mit dabei, mit dem Fernseher verbinden können. Und dann können wir das, was wir hier vorne aufgenommen haben, sofort am Fernseher angucken. Ganz, 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 ganz wichtig bei Camcorder, liebe Zuschauer. Und das haben wir auch gerade bei Vivian gesehen. Wenn die filmt mit dem Smartphone, dann wackelt das immer so. Mit dem Camcorder haben wir hier diese wunderbare Einhandbedienung. Das heißt, ich habe jetzt hier die zweite Hand völlig frei und kann da noch irgendwas anderes machen. Vielleicht einen Schluck Trinken zwischendurch, gerade wenn es draußen warm ist. Aber das Wichtige ist halt, ich bediene auch den Camcorder mit dieser einen Hand, wo ich ihn halte. Was muss ich dazu noch machen, liebe Zuschauer? Richtig, ich muss ihn einschalten. Wie geht das? Wir klappen hier einfach unser Display auf. Und dann schauen Sie mal, was passiert. Dann aktiviert der sich automatisch und das Display hier ist im Grunde eingeschaltet. Wunderbar und das ist eine tolle Sache, liebe Zuschauer, bei unseren Camcordern. Wir sehen natürlich jetzt, was hier vorne passiert. Das ist aber fast schon Standard bei solchen Geräten. Das ist auch vergleichbar mit dem Smartphone. Mit dem Smartphone ist ja auch so, wenn man filmt, sieht man gleich, was passiert. Aber, und das kann man eben mit dem Smartphone nicht machen. Schauen Sie mal, Sie haben hier eine riesen Flexibilität, wo Sie sagen, Mensch, ich kann mein Display drehen und zwar nach allen Seiten, sogar nach ganz vorne. Und schauen Sie mal, das ist auch möglich. Man könnte jetzt quasi den Camcorder hier vor sich halten und dann sieht man im Grunde sich und spricht auch gleichzeitig. Das ist eben nochmal so ein Feature. Wir haben hier vorne drin, liebe Zuschauer, Hightech-Komponenten in unserem Objektiv. Das heißt hier, die Aufnahme-Hardware, die sorgt bei Ihnen dafür, liebe Zuschauer, dass auch wirklich hier tolles Bildmaterial in Verbindung mit Ton entsteht. Wir haben hier einen CMOS-Sensor drin mit 5 Megapixeln. Fotos, das ist eben auch noch so eine Sache, die kann man hier auch ganz schnell machen. Einfach auf Knopfdruck und die haben dann sogar eine Auflösung von 12 Megapixel. So, und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, Vivian. Beim Smartphone ist das ein Riesenproblem. Wenn du Motive ein bisschen näher herholen willst, liebe Zuschauer, das kennen Sie, dann friemelt man auf dem Display vom Smartphone rum. Das verwackelt unendlich und es funktioniert schlecht, weil die Kamera im Smartphone dafür gar nicht geeignet ist. Hier, so ein Camcorder, der hat eben wirklich die Objektive da drin, die Hardware, damit man wirklich zoomen kann. Wir haben hier 8-fach Digitalzoom drin. Das Ganze wird hier einfach bedient hinten und dank dieser Einhandbedienung ist das dann auch kein Wackeln und gar nichts, sondern man hat hier wirklich richtig tolle Aufnahmen und man kann eben dann auch ins Motiv reinzoomen, wenn man das möchte, wieder rauszoomen. Und dann wird so ein Film, so eine Aufnahme, Vivian, ja auch erst lebendig. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an den Sommerurlaub denke oder an irgendwelche Grillpartys oder Familienfeiern. Ja, definitiv. Und da möge natürlich der ein oder andere Zuschauer jetzt sagen, ja Mensch, aber die Kiddies, die laufen doch immer mit dem Smartphone rum. Haben Sie sich mal die Videos angeschaut, die die Kiddies dann davon aufnehmen? Haben Sie das schon mal gesehen, wie sie Ihnen dann auf einmal so Hasenöhrchen wachsen oder die Nase dann auf einmal immer länger wird? Das sind dann so komische Apps. Das ist natürlich lustig für den Moment. Das ist aber nichts, was man sich dann nochmal in dem Jahr anschaut und Revue passieren lässt, wie die Grillparty auf dem runden Geburtstag zum Beispiel war. Dafür sind Sie dann einfach jetzt zuständig, dass Sie hier einfach verwackelfreie, super scharfe Aufnahmen machen. Und so schreiben es auch die Zuschauer, die Kunden, die bereits schon zugegriffen haben. Begeisterndes, einfach zu bedienendes Gerät. Überraschend scharfe Bilder, sehr gute Farben, Bedienung auch für Einsteiger gut zu erlernen. Die Kamera ist sehr kompakt, passt in jede Tasche, einfach empfehlenswert. 66,45 Euro Spitzenpreis. 66,45 Euro, das ist nichts. Muss man wirklich mal sagen, wann gibt man denn mal 60 Euro aus? Das geht ja immer rucki zucki. Hier, liebe Zuschauer, sind das Ihre Erinnerungen, die adäquat festgehalten werden. Und das jetzt hier unter der Bestellnummer PX 8268 unter 5690. Günstig wie noch nie für 66,45 Euro. Das ist absolut genial, liebe Zuschauer. Man muss hier ganz klar sagen, wir haben hier ganz viele Vorteile. Zum einen haben wir ein ganz leichtes Gerät. Das kann natürlich mit dem Smartphone konkurrieren, ist auch ganz leicht. Aber das Smartphone, das Sie vielleicht zu Hause haben, das kostet irgendwie ab 300 Euro aufwärts. Das ist extrem zerbrechlich, das ist extrem filigran, wenn das runterfällt. Wenn Sie sogar ein noch teureres Smartphone haben, da werden Sie ja wirklich todunglücklich sein. Hier mit so einem Camcorder kann das nicht passieren. Denn wir haben ja auch diesen Schutzriemen hier an der Hand. Das heißt, der kann gar nicht runterfallen und Ihr Smartphone bleibt einfach in der Tasche, da wo es hingehört. Sie schonen dann natürlich auch, ganz wichtig, den Speicherplatz auf Ihrem Smartphone für die Dinge, die Sie eben damit machen. Und auch den Akku, weil hier filmen Sie dann halt wirklich explizit mit diesem Camcorder. Da ist der Akku für da und da ist wirklich alles auch so ausgerichtet, damit es wirklich super funktioniert. Vor allem, wir haben hier eine eigene Speicherkarte drin und dann ist eben auch hier der Speicherplatz vom Smartphone für die ganzen anderen Dinge da. Das heißt, hier filmen Sie Ihren nächsten Urlaubtrip mit einem unserer Camcorder. Und wir kommen jetzt tatsächlich zum nächsten Gerät. Das haben wir hier für Sie schon vorbereitet. Und das ist was richtig Minimalistisches, liebe Zuschauer. Denn hier muss ich Ihnen mal was zeigen. Hier ist der Camcorder. Ja, wo ist er denn? Vivian, ist das nicht klasse? Er ist ja super klein. Das ist richtig klein. Und das ist wirklich hier auch der Unterschied zu dem Gerät, was wir gerade vorgestellt haben, liebe Zuschauer. Wir haben hier genau die gleiche hochqualitative Technik drin, aber es ist halt wirklich ein sehr kleines Gerät. Und wenn ich jetzt eine Hemdtasche hätte, könnte ich den hier tatsächlich in die Hemdtasche stecken oder auch in die Jackentasche. Er ist sehr leicht. Also, der ist überall dabei. Wir sind aber, liebe Zuschauer, preislich genauso unterwegs wie beim Gerät vorher. Wir haben hier TV-Sonderpreis 85,45 Euro. Also, das hier ist eben auch ein wunderbarer Begleiter für Sie in Zukunft, liebe Zuschauer. Auch hier haben wir ein Display. Sobald wir das ausklappen, liebe Zuschauer, aktiviert sich hier unser Camcorder. Das heißt, wir sind extrem schnell. Und alle unsere Camcorder, das ist hier eine ganz wichtige Sache, die möchte ich ganz kurz erklären, die sind ganz einfach zu bedienen. Entweder hier per Knöpfe, und das ist wirklich extrem übersichtlich, Sie sehen es gerade, oder hier direkt auf dem Display. Kann ich? Ja, gerne. Ah, 85,45 Euro, Spitzenpreis. Die sind wirklich super kompakt. 200 Euro, das ist die unverbindliche Preisempfehlung. Preisempfehlung, die nehmen Sie mit, ganz einfach überall hin mit, wenn Sie campen gehen, wenn Sie wandern gehen, wenn Sie Grifffeten haben. Ist wirklich klasse. Und Andreas hat es gesagt, der ist so schön klein und kompakt. Und der ist vor allem auch ultra leicht. Das ist natürlich wichtig, wenn Sie sagen, Sie machen vielleicht auch einen Städtetrip ab und zu mal ganz gerne. Oder wenn Sie dann zu Familie gehen, dann wollen Sie einfach was Leichtes haben. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja den Fehler gemacht. Ich habe mir ja auch einen Camcorder geholt, aber im Nachhinein muss ich sagen, der ist wirklich schwer. Hier, der ist super leicht in der Hand, den können Sie super einfach mitnehmen. Das ist natürlich ganz, ganz toll und schön hier gemacht. NX 43,56 und die 569, die bestellen immer 85,45 Euro. Das ist immer noch ein Spitzenpreis. Absolut, vor allem hier mit Sony-Sensor. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also wirklich, hier sind wirklich Hightech-Komponenten in unseren Camcordern verbaut. Und liebe Zuschauer, Sie sehen es hier nochmal für Sie eingeblendet. Ich darf es gerade nochmal wiederholen. Wir haben die Bestellnummer NX 43,56, die 569 am Ende. Sichern Sie sich unbedingt auch diesen tollen TV-Sonderpreis hier. Sie sparen 57 Prozent gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung. Liebe Zuschauer, 85,45 Euro ist wirklich genial. Am besten gleich in die Leitung gehen. 0,180, 51, 51, 3 mal die 2. Genau, Sie müssen nämlich bitte bedenken, dass Sie uns zwei bis drei Tage bitte Lieferzeit geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb jetzt zu greifen für den Sommer gerüstet sein. Sie werden ihn lieben, ich kann es Ihnen versprechen. NX 43,56 und die 569, die Bestellnummer. Ich persönlich habe noch nie so einen leichten Camcorder in der Hand gehabt. Wenn Sie aber sagen, ja, es geht hier nicht um die Leichtigkeit, es geht hier auch nicht um den Preis, sondern Sie möchten einfach das technisch Innovativste haben, dann muss es natürlich 4K sein. Und auch 4K machen wir bezahlbar für 142,45 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Heute ist es möglich, im Privaten, zu Hause als Privatmensch, einen Camcorder zu benutzen, der 4K Ultra HD kann. Das ist völlig irre. So was gibt es im Profibereich natürlich. Ganz viele Fernsehsender. Wir arbeiten ja auch mit 4K Ultra HD, liebe Zuschauer. Aber wissen Sie, was die Kameras da kosten? Wissen Sie, was so handliche Camcorder kosten? Normalerweise hier im 4K UHD Bereich mehrere, mehrere hundert Euro. Wenn man hier wirklich sagt, Mensch, ich hole mir ein preisliches Produkt im oberen Segment, dann sind wir bei deutlich über 1000 Euro. Wir machen es wirklich möglich zu einem sensationellen Preis, liebe Zuschauer. Sie sehen auch so ein paar Eckdaten schon eingeblendet. Wir haben hier die Funktion, dass wir noch WLAN mit einrichten können. Wir können den Camcorder sogar mit einer App bedienen. Und wir haben eben auch die Möglichkeit hier, und das ist wirklich das absolute Highlight, mit 4K Ultra HD zu arbeiten. Also Aufnahmen wirklich in richtig toller Qualität. Schauen Sie mal. Wir haben auch hier diese wunderbare Einhandbedienung. Alles am Camcorder wird hier mit einer Hand bedient. Eben auch das Zoomen und alle Funktionen auch wie Aufnahmestart. Dann klappen wir hier unser Display raus. Auch das ist hier kinderleicht. Und dann aktiviert sich sofort unser Camcorder. Und wir sind hier aufnahmebereit. Hier haben wir im Grunde ein Gerät, liebe Zuschauer, das komplett per Touchbedienung funktioniert. Das heißt, wenn Sie sich hier durchs Menü klicken, dann ist das hier wirklich auch eine ganz, ganz einfache Sache. Vor allem ist es alles wunderbar beschrieben. Sie können hier Ihre Einstellungen vornehmen, wenn Sie das möchten. Aber grundsätzlich ist es so, der Camcorder kommt zu Ihnen nach Hause komplett funktions- und einsatzbereit. Sie müssen im Grunde gar nichts großartig einstellen. Denn die Elektronik hier drin, die ist so schlau, die ist so klug, die denkt ganz viel für Sie mit. Das heißt im Grunde nur einschalten und dann hier auf Aufnahme drücken. Jawohl, da ist es. Und ja, dann kann es bei Ihnen losgehen. Und das ist ganz wichtig, gerade auch, liebe Zuschauer, wenn Sie emotionale Momente haben, wie jetzt zum Beispiel, ich denke da an eine Taufe oder an eine Hochzeit oder an einen Geburtstag. Das ist doch was, wo man sagt, hey, das will ich doch nicht auf dem Smartphone haben. Oh, das sagst nicht nur du, das sagen auch unsere Kunden. Hochwertige Qualität bei sehr einfacher Bedienung. In meiner Familie steht eine Hochzeit bevor. Und ich freue mich jetzt schon mit dieser Webcam den beiden eine bleibende Erinnerung in 4K UHD-Qualität schenken zu können. Sehen Sie, Sie machen sich nicht nur selbst ein Geschenk, sondern vor allem auch den Menschen, für die Sie das Video aufnehmen. Nicht nur wir sind begeistert, die Presse ist auch begeistert. Wir überschlagen uns hier mit Pressemeldungen und TV Direkt, die kennen Sie doch, oder? Die sagt, Fazit, die Actioncamp punktet mit einfacher Bedienung, vielen Einstellungsmöglichkeiten und gutem Zubehör. Herzlichen Dank, aber auch Audio, Video, Fotobild sagt hier im Februar 2019, dass das wirklich ein tolles Gerät ist. 142,45 Euro ist auch ein Spitzenpreis und die Bestellnummer NX4514 und E569. Die UVP, die liegt bei 400 Euro. Da sehen Sie mal, was Sie hier für einen Spitzenpreis heute bekommen. Und wird in wenigen Tagen geliefert. Das ist nochmal wichtig zu erwähnen, wird in wenigen Tagen dann geliefert. Übrigens wird dann erst hier ab dem Auslieferungsdatum natürlich auch der TV-Sonderpreis fällig. Aber jetzt sichern Sie sich auf jeden Fall hier diesen 4K-UHD-Camcorder. Vor allem, das muss man wirklich sagen, jetzt ist halt wirklich 4K-Technologie, Ultra-HD-Auflösung endlich bezahlbar. Endlich kann man wirklich sagen, Mensch, ich hole mir sowas nach Hause und mache endlich diese Videos, diese Filme, von denen ich immer schon geträumt habe, liebe Zuschauer, jetzt zuschlagen. Denn auch noch eine ganz wichtige Information. In den letzten Präsentationen war der wirklich danach immer ganz schnell ausverkauft. Deshalb heißt es schnell sein und zugreifen. Wir warten ja auch noch auf die Lieferung, die in den nächsten Tagen bei uns und damit auch bei Ihnen dann eintreffen wird. 142,45 Euro. Wissen Sie, entscheiden Sie sich für das Modell, wo auch Ihr Bauchgefühl sagt, das soll es sein. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, ja, Camcorder ist schon was Feines für Sie, aber Sie wollen jetzt auch was richtig Tolles haben, dann machen Sie das doch. Das ist doch eine einmalige Investition. Werden Sie doch viele Jahre Freude haben. Das ist auf jeden Fall das Richtige, was Sie hier entscheiden und tun und deshalb hier jetzt gleich bestellen die Enix 4514 und die 569. Jetzt ist es bei uns bei Pearl TV so gang und gäbe, dass wir ab 150 Euro Porto- und Versandkosten frei an Sie liefern. Und es wäre ärgerlich, wenn Sie hier mit 142 Euro ein paar zerquetschten, dann noch Versand zahlen müssten. Deshalb macht es Sinn, vielleicht auch nochmal bei einer Speicherkarte zuzugreifen, damit Sie sich auch hier für die Porto- und Versandkostenfreie Lieferung qualifizieren. 9,45 Euro würden dann dazukommen mit der Bestellnummer ZX 2274 und der 569. Richtig und wir haben hier 32 Gigabyte als Speicherkarte. Unsere erste Version, liebe Zuschauer, hier wirklich eine richtig tolle Markenqualität von Intenso und geeignet für alle unsere Camcorder. die wir in dieser Sintung vorgestellt haben. Sie haben hier wirklich Klasse 10, also extrem hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Genau das Richtige für Ihre tollen Videos. Deshalb zugreifen oder wir haben auch noch die etwas größere Variante für Sie für 17,05 Euro unter der Bestellnummer ZX 2697 und der 569 von Sony. Richtig, Sony Qualität zu dem Preis muss man hier unbedingt sagen, weil das ist schon richtig klasse. Auch hier extrem viel Speicherplatz, 64 Gigabyte. Sie sehen es hier, 100 Megabyte pro Sekunde haben wir Lesegeschwindigkeit, 70 Megabyte in der Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Sony Qualität, da kann man sich einfach auch drauf verlassen. Liebe Zuschauer, genialer Preis hier. Wir fassen für Sie aber die Camcorder nochmal zusammen, denn da ist die Nachfrage gerade sehr groß. Das günstigste Modell hier mit 66,45 Euro, aber qualitativ schon super. Probieren Sie es aus, steigen Sie ein unter der Bestellnummer PX 8268. Jawohl, liebe Zuschauer, hier unser erstes Gerät mit Full-HD-Aufnahmemöglichkeit. Wir haben hier natürlich dieses praktische Club-Display, er ist extrem leicht und wirklich, auch wenn man mit Camcorder noch nicht viel zu tun hatte, hier eine wunderbare Einsteigermöglichkeit und hier auch zum wirklichen TV-Sonderpreis, zum Einsteigerpreis. 66,45 Euro ist wirklich spitze für Full-HD-Auflösung, die Sie hier im kompakten Design bekommen. Deshalb greifen Sie bitte zu oder aber Sie entscheiden sich für einen der beiden anderen Camcorder, die wir Ihnen vorstellen durften. Denn auch die sind natürlich eine Pracht. Wie gesagt, das günstigste Modell hier in unserer Runde für 66,45 Euro. Aber es geht auch noch kleiner, noch kompakter für einen spitzen Preis. Und da sehen wir es jetzt gleich auch eingeblendet für Sie und Sie werden umfallen, 85,45 Euro. Und hier das Ganze noch aufgewertet mit einem Sony-Sensor. Liebe Zuschauer, also eine extrem tolle, tolle technische Hardware hier verbaut. Der ganze Camcorder ist extrem klein, im Grunde im Taschenformat. Ich würde nicht sagen Kreditverkartenformat, ein bisschen größer ist er, aber das ist natürlich auch ein toller Begleiter, den man einfach so mit einpackt. Und vor allem, man schont mit einem Camcorder hier den Speicherplatz seines Smartphones und auch den Akku seines Smartphones und hat hier dank Full-HD die besten Aufnahmen. Für 85,45 Euro unter der Bestellnummer NX 43,56 und der 569 gerne zugreifen. Wenn Sie aber sagen, Sony-Sensor ist eine feine Sache. Full-HD auch, aber so einen Camcorder, den holt man sich ein Mann und damit hat man viele, viele Jahre Freude. Für Sie nur das Beste. Ja, dann dürfen Sie jetzt auch gerne gleich bei unserem Komplett-Set zugreifen. Da geht es um 4K-UHD und das jetzt hier im Komplett-Set-Preis. Sie sehen, 242,45 Euro. Der Preis ist mega. Das ist wirklich, liebe Zuschauer, hier ein phänomenaler Preis, um sich jetzt wirklich seinen eigenen 4K-Ultra-HD-Camporder nach Hause zu holen. Man muss wirklich hier sagen, endlich ist diese Technik für den Privatmann bezahlbar. Liebe Zuschauer, schauen Sie bitte, da steht noch Panasonic-Sensor, also auch hier nur die beste Hardware mit verbaut für Ihre Aufnahmen. Auch wirklich dann in einer guten Qualität. Das Ganze mit Ton völlig klar, was bringt Bild ohne Ton. Dafür ist natürlich bei allen Camcorderen gesorgt, liebe Zuschauer. Der wird Akku betrieben, ganz einfach aufzuladen, sogar per USB. Und Sie können Ihre Aufnahmen ganz fix, sofort, dank HDMI-Schnittstelle, direkt am Fernsehgerät ansehen. Und das ist halt auch nochmal ein Vorteil eines Camcorders. Denn diese kleinen, kleinen Handy-Videos, die Sie kennen, da erkennt man ja nichts drauf. Vor allem, wie bekommt man diese Aufnahmen vom Handy denn irgendwo anders hin? Hier mit einem Camcorder ist das ganz einfach. Und das unter der Bestellnummer NX4514 und der 569. Wir dürfen Ihnen gratulieren, denn Sie werden jetzt hervorragende Aufnahmen machen. Und es macht auch wirklich super viel Spaß. Gerade wenn Sie vielleicht auch öfter mal unterwegs sind, wenn Sie gerne Städte oder auch Urlaubsnimmizile erkunden. Oder einfach ein absoluter Familienmensch sind, der super, super gerne Zeit mit der Familie verbringt. Und dies natürlich gerne auch aufnehmen möchte. Denken Sie bitte daran, dass die Enkelchen und dass die Kinderchen auch schöne Fotos aufnehmen. Aber da geht es eher zur Bespaßung oder zur Belustigung. Das ist nichts, was man sich in Jahren nochmal anschaut und zurückschaut. Deshalb liegt es hier in Ihrer Hand. Greifen Sie bitte zu, alle Produkte hier zu finden, auch nochmal auf www.perl.tv. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Machen Ihrer neuen Aufnahmen.